Hallo meine Lieben, in diesem Video sprechen wir einmal darüber, mit welchen Themen man sich als Anfänger in der polnischen Sprache am besten beschäftigen sollte. Viel Spaß wünsche ich euch mit diesem Video. Also, was würde ich an eurer Stelle machen, wenn ihr komplett am Anfang steht und das Ziel habt, ein wenig Polnisch zu lernen? Was ihr euch am Anfang als allererstes aneignen solltet, ist ein Grundwortschatz in der polnischen Sprache. So die ersten, sagen wir mal 100, also die ersten 1, 2, 300 Wörter, dass ihr die drauf habt und zwar in den wichtigsten Themen. Also, ihr solltet euch begrüßen können, ihr solltet euch verabschieden können, ihr solltet in der Lage sein zu fragen, wie es dem anderen geht. Also, die Basics, die ihr braucht für Smalltalk-Gespräche und dann halt so die ersten Sachen, die man lernt, wenn man eine neue Sprache lernt, um einfach mal auch so ein Gefühl für die Sprache zu bekommen. Das ist so das Ziel, was man hat, wenn es darum geht, so einen Grundwortschatz aufzubauen und die ersten Schritte zu gehen. Geht noch gar nicht so in die Grammatik rein. Das ist viel zu, ich sag mal, am Anfang lästig. Macht als erstes, um wirklich einen großen Lernfortschritt zu machen, dass ihr euch mit dem Thema Grundwortschatz beschäftigt. Und das wäre dann in den weiteren Themen dann sowas wie Wochentage mal auf Polnisch zu lernen, sowas wie Monate, sowas wie Jahreszeiten, vielleicht ein paar Tiere, ein paar Berufe. Sowas ist eigentlich ganz interessant, wenn man die polnische Sprache lernt, dass man da so in solchen Themen ein bisschen besser ist. Und vielleicht sowas wie die allerwichtigsten polnischen Substantive, die allerwichtigsten polnischen Verben und die allerwichtigsten deutschen, äh, deutschen, sag ich schon, die allerwichtigsten polnischen Adjektive. Ja, damit ihr vielleicht auch recht schnell in der Lage seid, so ganz einfache Sätze zu bilden, wie zum Beispiel, ich bin müde, ich bin happy, ich bin traurig, ne, oder ich gehe, ich laufe, solche Sachen halt auch, ne. Und dafür ist so ein Grundwortschatz sehr, sehr mächtig. Und, ähm, das ist das, was ich euch empfehlen würde, wenn es um das Thema geht, ihr fangt an mit der polnischen Sprache und ihr wollt die ersten Schritte machen. Ne, by the way, dieser Kanal dreht sich um das Thema schnell die polnische Sprache lernen, der Kanal dreht sich um das Thema effektiv die polnische Sprache lernen und, ja, der Kanal dreht sich auch um das Thema, ähm, sich Lernstrategien anzueignen, wie das Ganze halt auch richtig funktioniert. Und was wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, ist, dass wir ein Produkt entwickelt haben für diejenigen, die jetzt gerade so am Anfang stehen im Bereich Polnisch lernen, dass ihr die Möglichkeit habt, euch sowas wie ein Grundwortschatz aufzubauen. Und, ähm, wenn ihr das ganze Thema interessant findet, dann öffnet mal bitte den Link, den wir in die Videobeschreibung gepackt haben und, ähm, schaut euch gerne mal das Produkt an. Denn in diesem Produkt geht es darum, dass ihr von uns mal so die wichtigsten Wörter bekommt, die wichtigsten Vokabeln, ne, also das, was ihr wirklich braucht, um euch so einen Grundwortschatz aufzubauen, plus eine Anleitung, wie ihr euch diesen Wortschatz effektiv aneignet, ne, wie das Ganze schnell funktioniert und zwar auch so, dass ihr es nicht mehr vergesst, ne, das heißt, ihr bekommt so ein bisschen, ähm, Wissen darüber über die Lernsysteme, die wir hier auch vermitteln, ne, also nochmal ganz grob am Rande, wenn ihr das Ziel habt, ein bisschen mehr zu lernen, als nur die absoluten Basics, ne, einer Sprache, lohnt es sich, sich mit dem Thema Lernsysteme zu beschäftigen, weil das sorgt dafür, dass ihr das Lernen, ja, ähm, dass das deutlich effektiver läuft, dass ihr euch bemerken könnt, dass ihr euch wichtigeres Wissen aneignet und es lohnt sich jetzt nicht, wenn man nur die Basics haben möchte, also wenn ihr nur im Anfängerbereich bleiben wollt, sagen wir mal so das A1-Level, könnt ihr das gerne überspringen, ne, schaut euch sonst solche irgendwelche Videos an, aber wenn ihr doch das Ziel habt und sagt, ich möchte schon ein bisschen mehr wissen über die polnische Sprache, dann würde ich diesen Weg auf jeden Fall gehen und in diesem Produkt lernt ihr genau, wie das funktioniert, ne, dann könnt ihr euch das gerne einmal anschauen, holt euch das gerne, es ist, ähm, jetzt auch für noch einen recht günstigen Preis, ähm, zu haben und, ähm, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie euch das gefällt und ich freue mich auf euer Feedback, schreibt mir das gerne in die Kommentare, auch, ob ihr so die ersten Steps für sinnvoll erachtet, ne, sich mit den wichtigsten, Grundschatz, also Grundwörtern, mit dem wichtigsten Grundwortschatz zu beschäftigen und, ja, wenn euch dieser Kanal gefällt, auch die Strategien, abonniert diesen Kanal und bis zum nächsten Video, macht's gut! und bis zum nächsten Video, macht's gut!